So Leute, da sind wir wieder zurück bei Mafia 3 und wir müssen mit Donovan reden. Unser nächster Auftrag, wir waren jetzt gerade bei Cassandra und schauen wir doch mal, was Donovan so treibt. Oh, es regnet. Was ein Scheißwetter. Ich darf ja Scheiß sagen in dem Spiel, das ist ja noch ein harmloser Ausdruck. So, ähm... Was, wo? Du läufst durch den Regen, Freund. Da wirst du nicht trocken, auch mit dem Schirm nicht. Ähm... Was? Alter, es regnet wie aus Kübeln und der andere, schön, dass es aufklärt. Ähm, wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle eine Karre her? Guck mal, ich bin ja schon triefend nass, das geht doch so nicht, das geht nicht. Hier, die da. Sehr schön. Okay, lasst uns mal kurz gucken, wir müssen ja zu Donovan. Ist das hier schon? Ähm, rede mit Donovan, tatsächlich. Was kann ich denn hier machen? Cassandra hat Doucet Strip Club in einen anspruchsvollen Nachtclub verwandelt, verdienst 30 von 50.000. Wie werte ich denn eigentlich die ganzen... Oh, Zusatzauftrag. Alles cool mit uns. Ne, dann machen wir erstmal den Zusatzauftrag, Leute. Was ist hier? Derzeitiges Bargeld 1016. Oh, den müssen wir wieder abliefern, dann tun wir das doch. Ah ja, klar, wir fahren mit dem Cabrio. Hauptsache die Scheibenwischer laufen. Saustark. Oh, Alter, fährt sich wie ein Panzer. So. In Ordnung. Einmal durch den Regen mit dem schönen Cabrio. Alter, Freunde. Moment, ey. Das Ding fährt sich wirklich wie ein Panzer. So können wir schlecht stehen bleiben. Was ist denn? Ach, wir müssen da runter. Ja, komm, jetzt sehen wir Enas, da können wir auch runterschwimmen. Hallo, wir kommen von der anderen Seite. Rede mit Immanuel. Ähm, so rum war's, genau. Hast du vor, was zu kaufen? Dann musst du mit Kassandra hin. Sie meinte, du könntest Hilfe gebrauchen. Vorausgesetzt, du bist Immanuel. Das hast du gesagt, Lincoln Clay. Wegen dem Gras. Habt ihr da einen fixen Ablauf? Wir fahren mit dem Mot ins Bayou, holen die Ballen und bringen sie her. Das Bayou kann recht gefährlich sein. Das ist Dixi-Mafia-Gebiet. Hast du Schiss von den weißen Jungs frei? Haben Sie denn so, so beteutscht, als du klein warst? Kassandra hat gar nicht erwähnt, dass du so ein charmanter Kollege bist. Das wird schon seinen Grund haben. Warst du in Haiti auch schon im Business? In meiner Heimat, da war ich ein Hugan. Ein Priester. Was warst du ein Priester vom Schmuggeln? Damals habe ich kein Gras geschmuggelt, Fray. Meine Leidungen waren Flüchtlinge, Menschen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht, habe sie vor Duvalier gerettet. Aber davon hast du wahrscheinlich keine Ahnung. Haben wir zwei ein Problem miteinander? Kassandra sagt, wir sind Partner. Und dass zwischen uns alles cool ist. Ist das so? Kann ich noch nicht sagen. Ich auch nicht. Kassandra kann vielleicht vergessen, was du unserem Volk angetan hast, Fray. Aber ich niemals. Vielleicht hättest du besser in Haiti bleiben sollen. Denkst du vielleicht, dass ich freiwillig weg bin von zu Hause? Aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Tun wir das nicht alle? Es sind immer noch einzelne Dixi-Mafusee im Hollow. Kümmere dich um die Bande, wenn du Zeit hast. Diese Typen sollen verschwinden. Alles klar. Einen neuen Freund gefunden, so wie es aussieht. Ein ganz freundlicher Zeitgenosse. Durch Transportaufträge erhöhst du das Einkommen deiner Unterbosse. Dein Kick-Ap wird dadurch höher. Erfolgreiche Transporte erhöhen die Loyalität deiner Unterbosse und erfährst mir über ihre Verbündeten. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinner erwirtschaften. Du kannst weiter Marcanos Organisation aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen, um deine Brieftasche etwas zu mästen. Ja, dann mästen wir mal unsere Brieftasche. Das ist doch kein Ding, mein Alter. Machen wir. Erstmal einen Waffenschrank. Hallo, Wumme. Da können wir nichts rausnehmen. Okay. So, wir waren doch jetzt eben irgendwo an den Docks. Worauf sind wir denn jetzt? Sind wir mit dem irgendwo hingefahren oder was? Sind wir hier? Ja, ja. Okay. Sag mal, da war doch eben... Ach, da unten ist das Boot. Okay, in Ordnung. Beziehungsweise, da war er ins Gestanden. Jetzt nicht mehr. Oh, da liegt Geld. Geld brauchen wir. Geld ist immer gut. Das müssen wir auch abliefern, bevor wir hops gehen. Und, äh, ihr kennt mich, da ist ein Boot. Ihr kennt mich, ich gehe hops. Dann nehmen wir auch mal lieber das hier. Na, natürlich. Schön ins Wasser gesprungen. So, ähm, ich würde gerne dieses... Ah, ja. So, Musik machen wir mal aus. Wo müssen wir denn hin? Hier? Äh. Alter, wo müssen wir denn hin? Ach, da unten. Hier müssen wir... ... zum Marihuana abholen. Begebt dich zum Schmuggler-Dock. Na ja, klar. Kein Ding. Oh Gott, da haben wir uns aber das schnellste Bötchen rausgesucht, was es hier gibt, oder? Na, ganz fantastisch. Boah. Mit ganzen 60 Sachen heizen wir jetzt hier durch die Bräherie. Alter. Ja, das gibt mir aber Zeit, euch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, das Game, ja, wurde ja dann am Ende nicht so gelobt, wie es eigentlich, äh, erwartet wurde. Sprich, äh, viele Leute haben sich beschwert, oh Gott, äh, viele Leute haben sich beschwert über den 30-FPS-Log und haben gesagt, die Grafik wär nix und, äh, das Gameplay wär Mist und, äh, hast du nicht gesehen und überhaupt. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das Game, oh, ein Krokodil, über den Kopf gefahren. Ähm, mir gefällt das Game wirklich richtig gut. Mir gefällt das Gameplay. Natürlich, äh, wird das wahrscheinlich so ablaufen, dass man immer wieder Missionen macht, man wird immer wieder, ähm, in Anführungszeichen gesetzt, äh, ziemlich dieselben Missionen machen müssen. Ähm, aber, ähm, ja, das kommt halt drauf an. Ich persönlich find's jetzt nicht allzu langweilig. Ähm, die Story will ich auf jeden Fall mal durchspielen, so wie ich das bei allen Mafia-Teilen gemacht hab. Und, äh, ja, ich glaub einfach, dass so die, äh, die Erwartungshaltung vieler Leute einfach viel zu, hier kommen wir nicht weiter, die Erwartungshaltung vieler Leute einfach viel zu hoch ist mittlerweile. Das muss ich wirklich so sagen. Also, so kommt's mir auf jeden Fall vor. Es wird ja mittlerweile echt über alles und jeden, äh, geschimpft und, äh, fertig gemacht und, ich versteh's nicht. Wie gesagt, mir gefällt das Game, den 30 FPS-Log haben sie aufgehoben, wobei ich mir auch, ich wirklich 100% sicher bin. Die meisten, die sich darüber beschweren, dass das Game am Anfang nur 30 FPS hatte, ähm, würden den Unterschied nicht mal sehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich hab den Anfang am Anfang und auch andere haben es überhaupt nicht gesehen, dass es einen 30 FPS-Log, oder FPS-Log gab. Von daher, ja, bin ich der Meinung, natürlich voll dagegen gefahren. Deswegen bin ich der Meinung, es ist alles, äh, ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie gesagt, mir gefällt das Spiel, durchaus. Ich hab Spaß dran. Ich hoffe ihr natürlich auch, wenn ihr hier einschaltet, sonst würdet ihr nicht einschalten. Und, äh, wir peitschen uns gemeinsam hier durch Mafia 3. Und dann werden wir mal sehen, äh, was sich da noch so ergibt. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Gottes Willen, Alter, da müssen wir hier ganz oben rumkurven. Hier ganz runter. Kann man ja nicht irgendwo eine Abkürzung nehmen. Könnten hier durch, aber das geht nicht. Mein Gott. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen, ey. Dann auch noch bei dem Hundewetter. Alter, kreischt die Kiste, ey. Natürlich, wir müssen jetzt ganz hier hoch. Oh, das ist ja voll nervig. Gibt's da keinen anderen Weg? Ah, hier hätten wir durchfahren können, ne? Hier vorne. Ah, und dann hier rum. Ja, aber da müssen wir jetzt durch, liebe Leute. Ed hilft nix. Wir müssen da rüber. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Hört's hier auch mal irgendwann auf zu regnen? Ich glaube nicht. Alter, schreit die Mühle, ey. Überragend. Das schnellste Boot, was wir gefunden haben. Mit dem Peitschen war jetzt hier lang. Ah, das Boot will ich. Kann ich das... Ah, shit, das hätte ich klauen können. Ah, schön im Krokodil über den Kopf gefahren. Jetzt müssen wir rechts rum. Ach, die Küste runter. Aber das Blöde ist, wir können hier noch nicht mehr ins Wasser springen. Hier laufen überall Krokodile rum. Guck, links. Hier wieder zwei. Ja, da peitschen wir lang. Peitsch die Wellen. Mit ganzen 60 Sachen heißen wir hier übers Wasser. So sind natürlich die Lichteffekte nicht ganz so schön, ne? Wenn die, ähm... Warum dreht der denn immer zurück? Ich will mal so bleiben. Geh doch nie mal zurück. Wenn's hier so regnet. Also das haben... Hätten sie durchaus... Ist das bestimmt schöner zu machen. Aber ansonsten find ich das Game wirklich grafisch gar nicht so übel. Also ich weiß nicht, was da manche Leute haben. Ähm, so von wegen... Ah, Playstation 2 Niveau. Also dem kann ich jetzt absolut nicht zustimmen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie's auf Konsolen aussieht. Da hab ich jetzt noch keine Version gesehen. Aber hier auf dem PC... Finde ich, macht's schon was her. Jetzt haben wir das Boot nehmen müssen und müssen jetzt in ein anderes steigen. Super. Für was hab ich denn das Boot jetzt hier klauen müssen? Alter, das Gekreische ging einem ja auf den Senkel. Und jetzt sind wir hier am Arsch der Welt. Alter, ich geh hier nicht ins Wasser. So viele Krokodile wie hier rumhopsen, geh ich hier nicht ins Wasser. Warum ist denn hier trocken? Ach nee, es ist gar nicht trocken. Es regt ja nicht immer noch. Man sieht's hier bloß nicht so. Okay. Hi, Boys. Dürfte ich mal ans Boot? Ja, genau das. Wer sagt denn... Warum sagt mir denn keiner, dass hier böse sind? Ach, natürlich. Wir müssen doch die Drogen von den anderen... Alter, wenn ich mal zuhören würde, ne? Dann wäre das doch alles gar kein Ding. Natürlich, ich latsch da rein, als ob nix wär. Kalle wieder total verpeilt, Alter. Ah, da könnte ich mich über mich selbst amisieren, echt. Latsch da rein, als ob nix wär. Ja, der andere angelt da vorne. Können wir den ins Wasser schubsen? Hallo, Freund. Schade, ich wollte den jetzt eigentlich ins Wasser schubsen. So, wo ist denn die Übergabestelle? Da drüben. Ah, hier haben wir mal ein ordentliches Boot. Oh, das ist ja mitten auf dem... Nimm die Graslieferung auf. Okay. Dann mal davor. Was, ne Rumheizerei hier, ey. Ja, die Kiste gibt schon ein bisschen mehr her. Nicht abfahren, nicht... Natürlich, voll drübergeheizt. So, abholen. Alter, schmeißen die hier das Dope über dem Wasser ab. Das ist gar nicht so einfach. Die Dinger lassen sich bewegen hier wie... Wie Panze. So, hier ist noch eine Kiste. Haus da rein. So, und jetzt wieder die ganze Strecke zurück. Aber diesmal nicht auf Umwegen. Ja, die Kiste läuft hier. Ich meine, die läuft zwar ganze 15 kmh schneller. So, aber wo muss ich denn... Natürlich, kann ich da nicht runter durchfahren? Ja, da kann ich doch runter durchfahren, oder? Natürlich. Ich hält, ey. Und vorhin fahre ich ganz außen rum. Weil das mal wieder gar nicht rafft. Der Kalle. So, schönstes, feinstes Alter. Wow. Und über den Kopf. Das ist geil. Kannst du ein Krokodil über den Kopf fahren? So. Achtung. Achtung. Platz da. Kann ich eigentlich hupen? Nö. Leider keine Hupe. Boah, jetzt wird es wieder dunkel hier. Also teilweise kommt es mir so vor, als wären da noch so ein paar Grafik-Bugs sind durchaus noch drin im Spiel, ne? So, wie parken wir denn die Kiste hier ein? So, wie parken wir denn die Kiste hier ein? Am besten rückwärts. Kriegen wir das hin? Ja, ein bisschen Ram, dann läuft das. So. Fahrer zu einem Geschäft von Cassandra. Ah, da haben wir jetzt das Zeug drauf, okay? Weil natürlich bequitschenden Reifen, was denn sonst? Achtung. Heiße Lieferung. Freunde der Sonne. Weg. Ja, komm. Ich will nicht sagen, hat dir ein Handy am Ohr? Kann doch gar nicht sein. Achtung. Genau, wir fahren mit dem LKW voll beladen mit Dope. Und da stehen die Bullen. Eine ganz große Klasse. Wir verhalten uns mal unauffällig. Hallo. Geht's hier auch weiter? Ruhe. Alter, komm, fahr zu, ey. Die Verkehrsverhältnisse sind so ein bisschen wie in der Realität. Aber wenigstens hat aufgehört zu regnen. Das ist ja schon mal was. So. Dann müssen wir dringend unsere Kohle in den Tresor packen. Weil ich kenne mich. Wow. Ich gehe garantiert wieder irgendwo drauf und dann ist die ganze Kohle futsch. Die wir uns jetzt hier so hart erarbeitet haben und in unserer Bootstour. Eine ganze Folge Boot gefahren. Ui. Ja, ist ja gut. Und jetzt fällt schon wieder an zu regnen. Hat doch gerade aufgehört. Ah, da vorne sind wir schon. Da. So. Da hinten müssen wir hin. Zu unserem Laden. Graslieferung abgeschlossen. Haben wir jetzt Kohle bekommen? Schwarzhandel. Du hast den Transportauftrag für deinen Unterboss abgeschlossen. Kümmere dich nun weiter um Makano und seine Geschäfte. Oder erledige erst weitere Transportaufträge, um Geschäftseinnahmen der Unterbosse zu erhöhen. Wenn du deinen Unterboss mit Transportaufträgen hilfst, ihre Geschäfte zu erweitern, erhöhst du damit auch ihre Loyalität zu dir gegenüber. Außerdem können sie dann auch ihr Netz von Verbündeten erweitern und dir einen höheren Kickback auszahlen. Dann würde ich sagen, wo geht's weiter? Ja, wir folgen natürlich der Story. Und vorher fahre ich noch schnell zu Semispa und packe die Kohle in den Tresor. Und dann sehen wir uns dann gleich hier. Rede mit Donovan.